Die Bundesregierung rechnet für 2019 mit einer Wachstumsrate von preisbereinigt 0,5 Prozent. Und aus dieser Frühjahrsprognose ergibt sich, dass die deutsche Wirtschaft, die deutsche Volkswirtschaft, die Abschwächung des Wachstums, die im letzten Jahr bemerkbar geworden ist, noch nicht überwunden hat. Dass aber im weiteren Jahresverlauf die Aussicht auf eine deutliche Erholung besteht. Wir erwarten eine langsame, aber solide wirtschaftliche Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass das Wachstum in diesem Jahr unter dem Strich weitergeht. Dass es aber nicht hoch genug ist, um die Notwendigkeit einer modernen, leistungsfähigen Volkswirtschaft abzubilden. Und dass wir deshalb auch darüber reden müssen, wie wir dieses Wachstum über das normale Maß hinaus anregen und verstärken können. Wir wollen die Situation der Personengesellschaften verbessern, dass wir ihnen Optionen einräumen, die Krankenversicherung, es gibt Entlastungen bei der Einkommenssteuer, es gibt Investitionen.